Magment ist ein Werkstoff, der sehr flexibel einsatzfähig ist. Wir können sowohl kleine als auch sehr große Bauteile, praktisch von beliebiger Größe, daraus herstellen. Das ist ein Umstand, der uns gegenüber allen bisherigen induktiven Bauelementen eindeutig auszeichnet. Darüber hinaus ist Magment ein Produkt, was außerordentlich korrosionsbeständig ist, mit hoher Festigkeit und hoher Robustheit in der Praxis eingesetzt werden kann, so wie man das von Beton auch gewohnt ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass der sehr hohe Füllgrad sehr gute magnetische Eigenschaften hat, die dazu führen, dass man magnetische Bauelemente herstellen kann. Die Eigenschaften hat, die sonst von anderen Werkstoffen kaum erreicht werden können. Und ein dritter Vorteil besteht darin, dass das Material mechanisch komplett kompatibel ist und vergleichbar zu konventionellen Betonen. Das heißt, es kann in vorhandene Strukturen wie Straßen oder Wände komplett integriert werden und so verarbeitet werden wie ein ganz normaler Beton.